Der FC Bayern versammelte sich nach einem freien Tag am Mittwoch wieder geschlossen an der Säbner Straße bei Schmuddelwetter zwar, aber das kann einem Profi natürlich nichts anhaben. Da macht der Brasilianer Douglas Costa auch keine Ausnahme klar, zumal der Durchstatter ja nun wirklich nicht von der Copacabana kam. Ich habe vorher schon fünf Jahre in der Ukraine gelebt. Klar ist es jetzt kalt, aber ich war schon mehr oder weniger angepasst, die Temperaturen also gewohnt. Es hat mich also nicht überrascht, zumal es in der Ukraine selbst noch kälter war. Es ist klar, dass mich nicht alle kannten, als ich kam. Ich wusste aber, wozu ich in der Lage bin, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. So gesehen ist es ganz normal, was ich für die Mannschaft leisten kann. Die Trainingswoche bietet Gelegenheit, vieles vorzubereiten und einzuspielen. Also tüftelt Pep Guardiola wieder Formen aus Allemann auf einem Halbfeld mit klarer Ansage für jeden. Die Ziele heißen Darmstadt am Samstag in der Bundesliga und natürlich das Champions-League-Spiel drei Tage darauf. Bei Juventus Turin, da wären Pässe wie von Thiago auf Lewandowski zum 2 zu 0 gegen Augsburg wieder besonders gerne gesehen oder gehört. Wir üben das ja alles. Wenn du im Training die Augen zumachen würdest, wüsstest du sofort, ob das Team gut oder nicht gut spielt. Man kann schon am Geräusch erkennen, also hören, wie der Ball geschlagen wird, ob der Pass gut oder nicht so gut ist. Unsere Basketballer haben ihre Generalprobe für den nationalen Pokal souverän gemeistert. Dem 94 zu 65 Sieg in Göttingen folgt am Samstag die Top 4 der deutschen Pokalrunde. Der Halbfinalgegner im Auditom ist dann Meister Bamberg.